Let's battle! Pace to Pace! Was wollen wir planen eigentlich? Aber wie das halt so ist mit Plänen? Ich komm, ich krieg aber jetzt auch nüscht mehr zusammen, das ist der scheiß Käpt'n! Ja, der Geist gebrochen! Oh, Schweinger! Oh, jetzt gibt's nicht! So ein elender Lacker! In eine beschissene Position gebracht gerade! Oh! Oh! Ah! Ich hab doch, ich bin noch imatet! Ja, du hast viel drauf! Kann sein, dass du von oben an runter bist! Ach so! Du wärst mit dem einen Pfeil noch auf den Schnaugenschieser! Geist, das sieht richtig düster aus! Müssen wir mal wieder hier konzentrieren! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Das ist aktuell im God Mode! Gebt ihm niemals Käpt'n, denn das ist im God Mode! Ja, ich weiß nicht! Ja! Oh! Wow! Deine Fälle gefangen einfach auf das Tropfen! Das Tropfen! Wow! Nein! Warum will er den letzten Pfeil nicht nehmen? Bluff, bluff! Ich hab Simon noch nicht raus! Oh! Oh! Ja! Ich hab' keinen Pfeil genommen! Das ist ein Pfeil, der gefällt! Ja! Ja! Haze, ey! Das ist ein Pfeil! Was? Ein Pfeil! Pfeil! Ah! Was ist es denn? Das ist denn! Ich hab' nicht gemacht! Ich hab' nicht gemacht! Ich hab' nicht gemacht! Pfeil! 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 Ich hab mal alle umgebracht. Ich hole in welche Familie entspannend. Ich spüre, du sie abkackst. Hallo? Wenn du einfach mal wieder so gut bist. Ich spüre das letztens. Das ist kein Wisch, ey. Das zweite Best of Three. Das zweite Best of Three. Und damit die Punkt für das zweite. Best of Three of Three. Best of Three. Sieeeeek. Gute Spiele. Das war zwar zum Schluss die ziemliche Blemache, aber... Aber ja, was vorkommt. Du wirst in der Turniererfahrung fehlen. Ja! Keine Koala. Keine Koala. Zebulat, so... Ja. Kurde.